Heute stehen wir wirklich wie die ergossene Pudel hier im Radiostudium, aber für einmal nicht im übertragenen Sinne, sondern weil wir wirklich einfach nass sind und sonst seelisch eigentlich gut geht. Ja genau, durch den Regen. Was gibt es schöneres als der Basel hier im Regen. Ist es gut, wenige Leute? Die Hubs ist schon nass und gruselig. Aber ja noch. So. 60 Mal sind wir schon nicht durch den Regen gelaufen von Basel, aber durch die Freienstraße gelaufen, um hier einen Podcast aufzunehmen. Das ist eigentlich schon noch eine eindrückliche Zahl. Wobei ich da natürlich korrigieren muss, dass mir stimmt natürlich nur für 59 Mal. Ja ich bin nicht immer dabei gewesen, plus es stimmt auch nicht ganz, weil wir ja auf dem Schlossplatz mal noch eine Folge gemacht haben und eine im estländischen Hotelzimmer. Also wir sind noch nicht 60 Mal zusammen durch die Freienstraße gelaufen. Aber gleich. Gleich. Check auf der To-Do-Liste. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur schon vierten Folge von diesen Playoffs dieses Jahr. Wir reden heute logischerweise ganz viel über die Serie gegen Volley-Düdingen. Und dann schauen wir aber noch in die Kopf hinein, wo es um Power-Tipps geht. Angriffsvariante, die in der Volleyball-Welt doch immer wieder für Diskussionen sorgt. Was geht für dich? Sehr gut. Top. 30 Sekunden zum 3 zu 0 Heimsieg gegen Volley-Düdingen. Ja, also wir haben Auftakt für die Halbfinalserie gehabt und beide Teams haben ein paar angeschlagene Spielerinnen gehabt. Das hat man so ein bisschen gemerkt, ein bisschen abgetastet gewesen am Anfang. Aber wir haben am Anfang vor allem am Block sehr gut gearbeitet. Wir haben im ersten Satz, glaube ich, 5 oder 6 Blockpunkte gemacht, aber auch 7 Servicefehler. Also wir sind auch dort noch nicht ganz perfekt eingestellt gewesen, aber der Block hat so gut funktioniert und der Angriff des Restsatzes hat klar gewinnen können. Und im zweiten ist es extrem knapp ein Schlagabtausch gewesen und dort haben wir erst in der Verlängerung dann wieder mit zwei Blockpunkten am Stück gewinnen können. Und dann haben wir im dritten Satz wieder von Anfang an am Service besser arbeiten und haben dort dann schlussendlich auch den deutlich gewinnen können. Das heisst, zu dem Schlussmoment ist sicher der zweite Satz gewesen, wo wir am Schluss zwei Satzbäuer gegen uns gingen konnten und den aber trotzdem noch gewinnen konnten und den haben wir schlussendlich mal vorlegen in der Serie. Das haben auch ein paar Sponsoren, respektive VIP-Gäste festgestellt, dass wir sehr viel geblockt haben. Wie kommt das, dass es plötzlich so gut klappt am Block? Ja, also ich glaube einerseits ist natürlich klar, dass beide Teams sich gegenseitig natürlich sehr gut vorbereitet haben jetzt für das Spiel, weil man natürlich jetzt eine Serie hat und man viel Material hat und so ein bisschen mehr weiss, auf wer man Priorität setzen und wer nicht. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut gelingt es einem als Angreifer, die Priorität zu gehen. Also das heisst, wir haben natürlich auf ihre Topscorerin relativ früh einen guten Block gestellt und das heisst nachher nicht, dass es immer automatisch den Blockpunkt gibt, aber am Anfang hat das geklappt und am Schluss hat es sie dann aber nachher eine andere Variante gewählt. Im Angriff hat er mehr auf die Linie geschlagen zum Beispiel oder mehrmals auf hinter gespielt und das hat dazu geführt, dass man nicht mehr so viel kann, wie am Anfang, aber manchmal passt es einfach gerade. Und das sage ich im ersten Satz sicher so gesehen, dass die Taktik gut aufgegangen ist, aber eben, dass auch der gerade noch geklappt hat. Wenn es taktisch gut aufgeht, heisst es noch nicht, dass es erstmal einen Punkt gibt. Und trotzdem sind es dann schon ein bisschen die höchsten Punkte mitunter, um zu bejubeln, weil es räbelt dann schon ziemlich, wenn dann der Ball direkt vom Block am Boden geht. Ja und so, vor allem wenn man den Zweitsatz anschaut am Schluss, was wirklich eng war und dann, wo wir am Service waren, da war ich ja am Service und dann, wo zweimal dort Nicole mit der Karra quasi zugreift und ihre Diagonale Greiferin zweimal direkt geblockt hat, das ist schon so ein Satzendpunkt, das ist ja mega cool. Sportlich sicher ein Highlight gewesen, was auch ein Highlight gewesen ist, ist das Ganze drumherum, da ist einiges passiert, wir können ja ein paar Geschichten erzählen. Eins von den Highlighten ist es gewesen, wo ich zu oben den Matsch nochmal geschaut habe im SRF-Livestream, wo der Adi Vicky erzählt, was das mit der Leapie-Box auf sich hat. Also die Leapie-Box, Podcast-Hörerinnen und Hörer haben Sie vielleicht schon gekannt, aber jetzt kennen Sie die ganze SRF-2-Community. Das ist die berühmte, die liebste Kühlbox im Moment. Die Kühlbox vom Timo, wo Lorin, unseren Assistenztrainer auf der Bank neuerdings, weil ja Sie mit City Volley den Ligaerhalt geschafft haben, hat Ihre Gratulation auch seine Energy-Drinks, ist es wieder ein Energy-Drink, versteckt. Ja, ja, das war ein Energy-Drink, hat sich meine Cola herum gekümmert. Und dann hat der Adi Vicky auf SRF-2 live zur besten Sendenzeit gesagt, das macht man eigentlich nicht, oder das darf man eigentlich nicht. Und im Bild, unsere Leapie-Box, die du damals zum Geburtstag gekriegt hast, und richtig schlecht mit so einer Tape, die Fotos von dir montiert worden ist. Aber ja, es geht ja um Symbolik oder nicht um die Ästhetik von dieser Leapie-Box. Genau, genau. Und das TV-Spiel ist ja eben auch speziell gewesen, weil wir noch den ganzen Boden haben müssen verlegen. Vielleicht zuerst aus sportlicher Sicht ist das ein Unterschied, auf so einem Boden zu spielen, im Vergleich zu der Halle, wo wir sonst gewohnt sind. Ja, das ist ein grosser Unterschied. Also, ich kann nicht sagen, positiv oder negativ, sondern einerseits ist natürlich der Vorteil, wenn man so eine Bodenlinie leitet, dass es wirklich nur noch die Volleyball-Linie hat. Das ist jetzt in unserer Halle nicht so entscheidend, weil man schon ein Volleyball-Feld hat, das farblich unterschiedlich ist. Das ist mal das eine, die Farbe. Das sind so die internationalen Farben mit dem Grün und dem Orange. Und das ist ja irgendwann eben so gefunden, dass das fernzentechnisch irgendwie die beste Farbkombination ist. Und das ist das eine, die Farbe. Und das andere ist natürlich, dass der Untergrund anders ist als jetzt. Es gibt zwei Arten. Es gibt eigentlich den Klick, den Speed-Klick, den wir jetzt drinnen hatten. Das ist ein Boden, der nicht nur die oberste Bodenfläche drinnen hat, sondern noch ein Parkett drunter. Das heisst, die kann man auf Beton legen und irgendwo auf einem Eisfeld oder so herstellen. Und dann gibt es eben auch die zum Ausrollen. Und die zum Ausrollen heisst, die muss man natürlich in einer guten Sportart herlegen. Und von daher haben wir jetzt eben mit dem Speed-Klick haben wir jetzt einen Boden gehabt, wo einfach den ganzen Unterbau anders ist. Also das Springen ist zum Beispiel anders. Der Ball prallt auch ganz anders ab vom Boden. Und man merkt beim Landen, dass das Gewicht quasi viel mehr verteilt. So flächelastisch. Und das hat schon ein bisschen Einfluss. Aber generell ist es eigentlich jetzt nicht so, dass jetzt das viel schwieriger ist zum draufspielen oder viel einfacher. Das ist ja eine leichte Umstellung. Aber die hat man ja auch, wenn man auswärts Hallen geht beispielsweise. Aber sicher sehr attraktiv. Auch für die Sportarten gibt es ein ganz anderes Gefühl. Es gibt so ein Gefühl, das ist jetzt ein internationales Spiel. Es gibt dem Ganzen einfach irgendwie einen viel grösseren Touch. Ein internationales Spiel in Est, das klingt doch gut. Genau. Es ist auf jeden Fall aber auch ganz viel Aufwand, um das zu verlegen. Darum grosse Dank an, erstens an Alain Sütterlin und BWC und Swiss Volley, die uns da unterstützt haben, um das zu finanzieren. Es ist doch auch ein Betrag, den man da gut zahlen muss oder zusammenkriegen, dass es überhaupt möglich ist. Das ist für uns schlussendlich ein Nullsumenspiel. Ich glaube, so viel darf man auch öffentlich sagen. Wir zahlen nicht drauf für den Bodenstand jetzt, dank Sponsoren und Partner, aber wir gewinnen auch überhaupt nicht, wenn wir den verlegen. Das ist etwa eine Nullrechnung. Und dann ist es aber trotzdem noch recht viel Arbeit für Christian Wanderl und sein Team, die den verlegt haben. Ich war am Samstag Nachmittag auch dabei, nicht wo sie angefangen haben, am 2, aber wo sie dann etwa fertig waren, sind es am 6. Also es zeigt, dass es etwa 4 Stunden geht, um den Boden zu verlegen. Also wie du gesagt hast, es ist so ein Klicksystem, wo die eine Platte an der anderen muss zusammensetzen, damit man so einen Hammer draufschlagen und ganz am Schluss musst du dann mit Klebband noch die Linie ziehen, damit das auch noch schön ist. Und die Bodenkleber, die von BWC-Sponsoren gewesen sind und die super gut ausgesehen haben im Fernsehen, sind eben schon auch noch viel Aufwand. Das war wirklich mega mühsam, um die montieren. Aber auch da haben wir mit Kreoplatten einen tollen Partner, der diese quasi zur Verfügung gestellt hat. Und so ist das alles aufgegangen. Für alle ein Spektakel, wo mit Aufwand verbunden ist. Aber gerade wenn man dann so auf SRF 2 um 4 Uhr live spielen und dann noch 3-0 gewinnen kann, ist das eine sehr gelungene und runde Sache. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich coole Atmosphäre gewesen. Und natürlich eben auch gibt es andere Fernsehbilder wieder. Und wenn man einen Kommentator auf der Bühne hat, der zwei von dem Service herabgeschlossen worden ist, ist natürlich auch noch etwas speziell. Was nicht spricht für die Servicequalität. Nicht bei meinen Spielern natürlich. Oder wenn dort einen Ball halt auch mal hinterher rausgehen oder eben durchgelassen werden. Das passiert im Match ja eher weniger. Aber dann gibt es halt jemandem in der Raketen, die hinterher rausgeht. Und es ist halt auch immer wieder eindrücklich, mit welchen Kameras sie dort auffahren. Also ich glaube, der Marco hat einmal beim SRF gearbeitet, in einem Sportpanorama und so Feierungen gemacht. Der hat gesagt, eine solche Kamera hat etwa 25'000 Franken wert. Es hat ein paar von denen in der Halle gehabt. Also es ist ja sehr eine aufwendige, aber auch lohnenswerte Produktion. Ja, und einer davon hat fast mein Skola umgeschossen. Die Kamera? Ja, der Kameramann dort mit dem Kabel, da haben wir dann schön. Er hat es gerade noch geschafft, die Skola zu retten. Was dann einfach immer wichtig ist, die eine kamer schon relativ nahe bei dir, aber dann gesehen, hast du auf deine Wortwahl geachtet. Oder gibt es jetzt ich habe mir Mühe gegeben, Also ich habe nachdem ich bin darüber beträgt, dort ist schon das Timeout immer auf der anderen Seite gewesen. Vielleicht ist das so ein, nicht mit dem Oscar, sondern eine Verzögerung vor ein paar Sekunden gewesen. Also nein, ich glaube, ich habe ständig die Werte gebraucht. Ja. Da sind wir froh. Was nicht ganz 25'000 Franken gekostet hat, ist die Chorea, die wir probiert haben. Es hat nicht schlecht ausgesehen mit diesen Fanchen. Dort der Alex Trafs, der ja auch gute Kontakte hat, dann verschiedene Fanlager im Fussball zum Beispiel auch, hat das für uns bestellt und organisiert, dass wir die Fan nicht bestellen können. Und dann ist es relativ mühsam, dass es am Samstag Nachmittag passiert, die Fan nicht zu rollen und dann quasi in so Sektoren einteilen. Also die Idee ist, dass du ein Sektor pink hast, Sektor weiss, Sektor pink und so weiter, weil es ein bisschen ein Choreo gibt. Und ich habe mir mega Mühe gegeben, das anderthalb Stunden lang sortieren und so, und dann kommt man halt die Leute enthalten. Und das Erste, was die kleinen, herzigen Kinder machen, ist, hey, schau du jetzt zwei pinke Fanchen und gehen mit ihnen zwei pinke Fanchen in den weissen Sektor und wieder zurück ein Zeug. Also wir haben noch, ja, wir können uns noch verbessern, es ist noch nicht optimal eingestimmt, aber so für eine erste Choreo mit so Fanchen in der Halle hat es glaube ich schon mal nicht so schlecht. Ja, das war cool. Cool, ja. Jetzt sind wir bereit und es sind auch immer wieder offen für neue Ideen. Wir haben auch noch ein paar Ideen im Petto, die wir für die nächsten Spiele im, wie sagt man dem, ja, in der Hinterhand haben, zum dann nachher präsentieren. Bevor wir weitermachen mit Deuttinger, machen wir schnell Intermezzo über Powertipps. Ist das gut? Powertipps, ja, genau. Schauen wir in den Kopf hinein. Wir haben ja die technische Diskussion mal ein bisschen angefangen wegen Doppelberührung, ob das so abpfiffen wird oder nicht, ist ein bisschen Diskussion und das andere, was sich in den letzten Jahren immer mehr ein bisschen rausgekristallisiert hat, ist eben der sogenannte Powertipp. Und zwar, wenn jetzt die Zuschauer durchschauen, dann sieht man häufig eben die harten Angriffsschläge. Die sind spektakulär oder sind vom Block noch berührt oder gehen direkt an Boden und klöpfen. Härt und so weiter und die anderen sind ein bisschen befinden, wo man tendenziell eher als Notvarianten wählt, wenn man nicht mehr angreifen kann. Das heisst, wenn man es eben so mit der Hand quasi ableitet. Also der Ball wird langsam oder wird kurz in einem Block gesetzt oder manchmal eine spitze Ecke hinterdrückt, aber tendenziell sind das eher so ein bisschen langsame Bälle, vor allem in der Vergangenheit gewesen. Und jetzt ist es darum mal das Thema, weil gestern ein Ball war, wo die Rina Wieland angegriffen hat. Im dritten Satz, glaube ich. Und wo dann so für ein Raunen im Stadion gesorgt hat. Im Stadion. Im Stadion in der Arena. Smash Arena ist das Wording. Sie hat den Ball einfach bei einem Angriff halt sehr lange in der Hand gehabt und dann haben natürlich ein paar Zuschauer gefragt, ja darf man das? Und ich sage es jetzt mal so, vor fünf Jahren hat man den ganz sicher abpfiffen. Als geführt, als gehaltener Ball. Man darf den Ball weder im ersten, im zweiten, noch im dritten Kontakt lange in der Hand halten. Das hat natürlich einen einfachen Grund oder wenn ich den empfangen könnte, dann könnte ich natürlich schauen, was Rangseite passiert und kann ihn viel besser kontrollieren. Und im Angriff ist es aber so, dass eben zum Schlag und zu der Finte her eben der Power Trip in den letzten Jahren sich etabliert hat. Und zwar aus ganz und das Spiel ist viel schneller geworden. Das heisst, die Pässe kommen schneller und das bedeutet, man hat nicht mehr viel Zeit, immer noch eine Winkelentscheidung zu treffen oder manchmal die Abstimmung ist nicht ganz perfekt und das ist natürlich das zu einem Waffenwort. Also so kann man den Ball viel schneller platzieren. Also man kann ihn richtig runterdrücken sozusagen, also eben ist ein bisschen länger in der Hand und das wird jetzt grundsätzlich einfach mehr akzeptiert. Vor ein paar Jahren hat man das abpfiffen und es hat sich jetzt etabliert, international und eben auch national und dann sieht man viel mehr solche Bälle und das tut man dementsprechend auch trainieren natürlich, dass man eben im Training auch übt, dass der Ball gedrückt wird und eben nicht nur quasi übergelüpft und das heisst, der Ball geht sehr schnell in die Mitte vom Feld oder sehr schnell in die Linie runter und ist auch viel schwieriger zu verteidigen als eine normale Finte und macht das Spiel natürlich attraktiver, weil man dank dem eben auch einen schwierigen Ball noch ein gefährlicher angreifen kann. Wir sind auch immer sehr gespannt auf eure Haltungen dazu, wir haben das auch immer wieder Diskussionen, wo man führen kann und darüber kann debattieren, was jetzt gut ist, was schlecht ist, so wie wir das damals bei der Doppelberührung am Bass, die vollkommen logisch wie es auch nachhören, diskutiert haben und wir sind sehr gespannt, was die Verhaltungen haben können und uns auch jederzeit schreiben an Info at smash.ch, falls ihr nicht einverstanden seid mit dem Team. Dann kommen wir mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Fokus, zum Spiel gegen Düttingen, jetzt diesmal in Düttingen, am Samstag am 5. ist Spiel um im Leimack. Was erwartest du für einen Match? Ja, es ist ein Playoff, das heisst, Ciserien, also ein gewonnener Match, ein verlorener Match hilft nichts, das heisst, das ist ein Match von 0-0 an und ganz sicher ist das auswärts eine schwierige Aufgabe, Düttingen ist sehr, sehr heimstark und werden dort auch wieder eine volle Halle haben, also ich glaube, wir werden ein super Volleyball-Event haben dort und das wird eine schwierige Aufgabe und von dem her, sie sind natürlich jetzt, wie soll ich sagen, man versucht, in den Playoffs immer zu sagen, ja, das Heimteam hat eigentlich so wie ja, das Vorrecht für den Sieg, sozusagen, man legt vor, oder, und auswärts redet man dann eher von einem Break und das heisst, das ist aber auch so, dass es auswärts einfach schwieriger ist und der Playoffs sowieso und von dem her ist das für uns sicher eine schwierige Aufgabe, die uns überartet diese Woche, aber wir haben jetzt auch ganze Wochen Zeit, uns darauf vorzubereiten, uns erstens mal genug zu erholen und andererseits eben, werden beide Teams natürlich jetzt taktisch noch einmal das Spiel auseinandernehmen, weil jetzt eben, bis in den Playoffs haben nur noch ein einziger Gegner und dann schaut man natürlich das Spiel viel detaillierter an und beide Teams werden da extrem an den Details schaffen und von dem her erwarte ich das komplett offene Spiel am Samstag. Und darum auch sehr attraktiv zu schauen. Es ist, glaube ich, also ein bisschen die Zeit während der Saison verstanden, dass es sehr, sehr schwierig ist, auch an die Auswärtsmesse zu kommen. Jetzt wäre es natürlich sehr wünschenswert und würde uns extrem freuen, wenn ein paar Menschen mitkommen und in pink die Halle füllen würden, weil es jetzt auch im Heimspiel bei uns war, es tut eigentlich eine Halle wie noch gut, wenn es auch ein paar Auswärtsfans hat. Ja, und die waren auch sehr laut mit Megafonen und Pauken und allem und das hat eine unglaublich gute Stimmung gegeben. Und es ist natürlich für uns auch cool, wenn wir auswärts, jetzt haben wir ja auch schon ein paar Mal dürfen unsere Fans begrüssen mit den Pauken und das spürt man natürlich schon und das dreht dem schon auch noch ein bisschen weiter und ist natürlich in so einem schwierigen Auswärtsmatch umso wichtiger. Ich glaube, der Dave kommt im Fall wieder mit dem Velo, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sehr gut, sehr gut. Dave bringt ja Glück, wenn er mit dem Velo an unseren Auswärtsmatch fährt. Es müssen nicht alle mit dem Velo kommen, wir können auch mit dem Fanbus kommen. Auch dort Info zum 1.ch ist die Adresse 2b. Wir fahren am 2.00 Uhr am Nachmittag im Anschluss. Ich glaube, das sollte reichen. Ja, das kommt gut. Jemand um 2.00 Uhr fahren wir ab, wer möchte mit Kochan sich melden und dann organisieren wir hier ein lustiges Fan-Trüppchen. Ja, wir würden uns freuen über alle Unterstützung dort in der Halle, weil die wird man sicher brauchen. Dann wünschen wir euch eine gute Woche, hoffen, dass ihr nicht so verregnet werdet, wie wir gerade fahren und hoffen, dass ihr draussen wieder trocken ist. Die Hoffnung stirbt das Letzte, aber sie stirbt, Fabio. Gute Woche und bis dann. Gute Woche